Wir befinden uns nun im Inneren des Wiener Rathauses, genauer gesagt auf der Feststiege 2, wo sich am 31.05. der Eingangsbereich unseres Balles befinden wird. Aber um überhaupt so weit zu kommen, müsst ihr ein Cocktailkleid, das mindestens bis zu euren Knien reicht, tragen oder alternativ könnt ihr auch einen Hosenanzug mit einer schicken Bluse dazu anziehen. Wichtig sind auch schicke Schuhe. Aber wie sieht es eigentlich mit den Herren der Schöpfung aus? Ein Anzug ist Voraussetzung, genauso wie das passende Hemd dazu. Obenrum trägt man eine Fliege oder alternativ eine passende Krawatte. Zu guter Letzt ist auch das Schuhwerk nicht zu vernachlässigen. Und eines gilt für uns alle, keine Sneaker. Entschuldigung, ist ein ряд Däuter aus der Schöpfung. Entschuldigung, ist einiger Däuter. Entschuldigung. Entschuldigung.